Beispiel neues Glück und ich will euch mal zeigen wie ich im auf dem Palast weiterkommen hoffentlich möchte ich das gibt es ja gar nicht Schöner assist rüben lurcht irgendwo einer mit der oder was schießt er da auf den typen wo war mein dragunov spezifel vor sind top 3 aber den kommen jetzt nicht ran wichtig immer wenn ihr einen seht markiert die Bros dann können eure Buddies die zur Not raus räuchern genau was schießen die da die ganze Zeit ich sehe keine Gegner ich finde keine Gegner da oder was keine Gegner im Star Wars ich habe so das dumme Gefühl dass unser Team hier ein Problem kriegen wird das ist ultra unübersichtlich da muss man sommer sich aufpassen wo sind alle Gegner haben die mich irgendwie keine Gegner mehr im Star Wars für uns geht es auch ich sehe ihn nicht 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 Da ist gerade eine Granate hochgegangen, da muss noch irgendjemand anders sein. Was ist das hier? Vor mir hat einer geschossen, ich sehe den Hammer. Wir huschen mal darüber, da drüben sind böse Buben. Der hat auch nichts mit mir gerechnet, Bro. Das ist gar nichts mehr. Unstoppable bin ich gerade. Also die Strategie führt nicht nur dazu, dass es halt ein Sterb, wenn man so die ganze Zeit herumlauft, sondern die führt auch dazu, dass wir... ...kills machen können. Oh, da hat keine Munition mehr. Also die führt auch dazu, wenn ihr selten sterbt, dass er irgendwann keine Munition mehr hat. Wo liegt der andere Typ? Da haben wir doch gerade einen Ungewämms, den nehmen wir doch. Dann schauen wir mal, was der so hatte. Werde eine Dörpenhoff und 7,62. Wieso mal jetzt der Dörpenhoff? Da sind wir zurechtkommen hier. Auch das Gold drauf? Ja, 6, oder? Da ist natürlich jetzt nichts mit dem ersten... Oh, vielleicht doch. Im ersten Platz. Ist dann der Meckler noch cool gewesen? Habe ich jetzt nicht mitgenommen. So, lass schießen die da. Ja, ich hätte gerne lieber meine Ümp... Aber ich kann nicht picky sein. Warte, ich... Die hatten leergeschossen dabei. Ich mach mal lieber einen Führer dran, glaube ich. Okay, wir wurden Zweiter. Unstoppable. Ähm, ja. So, lacht es. Einfach so machen. Dann werde der Zweiter. Und ich bin nur einmal gestorben bei der ganzen Nummer. Ähm, falls euch solche Videos gefallen, schreibt es mir in die Kommentare. Like und Subscribe. Ihr kennt das alles. Und, äh, ja. So kann ich gerne auch zu mir ins Discord. Dann können wir mal, ähm, gemeinsam eine Runde zocken. Hätte ich. Spaß dran. Also. Mach's gut. Ciao, ciao.